Was ist das Rote Kreuz? Hallo, mein Name ist Dietmar Czudnik, freiwilliger Mitarbeiter des Rote Kreuzes Villeuch. Aber nicht nur ich, auch meine gesamte Familie, meine Gartin Elke, mein Sohn Manuel und seine Freundin Vanessa sind für das Rote Kreuz tätig. Einem Mann meines Alters entsprechend. Mehr schlafen. Ein bisschen musikalisches Talent. Oh Gott, Sie wollen das nicht erleben, wenn ich singe. Schottland, ich war schon ein paar Mal drüben und das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Dass wir in Kärnten flächendeckend Defibrillatoren haben und so den plötzlichen Herztod noch weit, weit besser besiegen können. Wahrscheinlich sofort ins Rücken nach Hause fahren und es wiederholen. Nein, ändern wir nichts mehr. Das ist so, wie es ist. Wenn mein Enkel dem Rote Kreuz beitritt, geht es noch nicht. Kommt das jetzt. Jetzt wird es noch immer so. ب